Verona Poth, geboren am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien, ist ein berühmtes deutsches Model, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Mit ihrem schönen Gesicht und ihrer attraktiven Figur wurde sie schnell berühmt, als sie an Schönheitswettbewerben teilnahm und 1993 Miss Deutschland und Miss Intercontinental gewann. Dies waren ihre ersten großen Erfolge in Veronas Karriere, die ihr viele Möglichkeiten in der Unterhaltungsbranche Nach dem Gewinn des Schönheitstitels wandte sich Verona der Karriere als Moderatorin und Schauspielerin zu. Sie nahm an vielen berühmten Fernsehshows teil und wurde vom Publikum geliebt. Einer ihrer größten Erfolge war die Show, Veronas Welt, in der sie ihr Talent und ihren Charme unter Beweis stellte. Verona versuchte sich auch in der Musik und im Geschäftsleben, und eröffnete ihre eigene Kosmetikmarkt. In Veronas Karriere geht es nicht nur um Erfolg. Sie erlebte viele Misserfolge, insbesondere im geschäftlichen Bereich, als einige Projekte nicht den Erwartungen entsprachen. Darüber hinaus wirkten sich auch persönliche Kontroversen und Skandale stark auf ihr Image aus. Eine große Tragödie in Veronas Leben war ihre zerbrochene Ehe mit dem Geschäftsmann Franjo Poet, die zu vielen finanziellen und psychologischen Schwierigkeiten führte. Was Verona am traurigsten macht, ist wahrscheinlich der Schmerz durch persönliche Beziehungen und der Druck der Öffentlichkeit. Sie teilte einmal mit, dass Erwartungen und Kritik von Fans sie manchmal müde und einsam machen. Obwohl sie viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, genießt Verona immer noch die Liebe und Unterstützung ihrer Familie. Sie hat zwei Söhne mit Franjo Poet und betrachtet sie immer als die größte Ermutigung im Leben. Obwohl das Familienleben nicht ganz friedlich verläuft, versucht Verona stets, ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern aufrecht zu erhalten. Das Leben und die Karriere von Verona Poet sind eine farbenfrohe Geschichte mit einer Mischung aus Erfolgen, Misserfolgen und Tragödien. Obwohl sie viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, bleibt sie stark und findet weiterhin Freude am Leben und an der Karriere. Verona Poet ist nicht nur eine Schönheitsikone, sondern auch eine starke und belastbare Frau. Obwohl sie auf viele Schwierigkeiten stieß, wusste sie immer, wie sie diese überwinden und ihre Reise fortsetzen konnte. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Franjo Poet pflegte Verona eine enge Beziehung zu ihren Kindern, wobei sie sich insbesondere darauf konzentrierte, sie groß zu ziehen und sie vor dem Druck der Medien zu schütteln. Eine der größten Tragödien in Veronas Leben war der Skandal um die Firma ihres Ex-Mannes, der dazu führte, dass gegen Franjo finanzielle und rechtliche Anklagen erhoben wurden. Dieses Ereignis hat Veronas Ruf und sein Privatleben zutiefst geschädigt. Sie entschied sich jedoch, Schwierigkeiten mit Mut und Entschlossenheit zu begegnen. Verona erlebte auch persönliche Trauer, darunter den Verlust mehrerer geliebter Menschen und Phasen der Depression. Sie findet jedoch immer Wege, ihre Stimmung aufrecht zu erhalten und sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Dies zeigt sich in ihrer regelmäßigen Teilnahme an Wohltätigkeitsaktivitäten und der Unterstützung sozialer Organisationen. Das traurige Ende Veronas ist wohl die Einsamkeit, die sie nach den Pannen und Skandalen erleben musste. Obwohl sie in der Öffentlichkeit stets strahlend wirkt, ist Verona innerlich großen Schmerzen und Druck ausgesetzt. Sie gibt jedoch nie die Hoffnung auf und findet immer Wege, sich persönlich und beruflich zu erneuern. Auch Veronas Familien- und Liebesleben nach der Scheidung ist eine herausfordernde Reise. Obwohl sie nicht mehr mit Franjo zusammenleben, pflegen sie zum Wohle ihrer Kinder immer noch eine friedliche Beziehung. Verona nimmt sich immer Zeit für ihre Familie und ist bestrebt, eine warme, liebevolle Umgebung für ihre Kinder zu schaffen. Die Liebe zu Kindern und zur Familie ist die größte Motivation, Verona dabei zu helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Sie bekräftigte immer, dass das Glück und die Sicherheit ihrer Kinder für sie immer noch das Wichtigste seien, egal wie viele Höhen und Tiefen sie erlebte. Dadurch ist Verona Poth immer noch ein bewundernswertes Vorbild einer unabhängigen, belastbaren Frau, die immer Wege findet, im Leben voranzukommen. Nach den Ereignissen in ihrem Privat- und Berufsleben hat Verona Poth gelernt, aufzustehen und weiter voranzuschreiten. Mit Belastbarkeit und Optimismus verwandelte sie Schwierigkeiten in wertvolle Lektionen und half ihr, zu wachsen und stärker zu werden. In den letzten Jahren war Verona weiterhin in den Bereichen Unterhaltung und Wirtschaft aktiv. Sie nahm an vielen Reality-TV-Shows teil und wurde dem Publikum ein bekanntes Gesicht. Diese Aktivitäten tragen nicht nur dazu bei, dass Verona ihre Popularität aufrecht erhält, sondern bieten ihr auch die Gelegenheit, viele Menschen, insbesondere Frauen, für Ausdauer und Tapferkeit bei der Überwindung von Widrigkeiten zu begeistern. Darüber hinaus investiert Verona auch in die Entwicklung persönlicher Marken. Unter ihrem Namen brachte sie Beauty- und Modeproduktlinien auf den Markt und erhielt positive Unterstützung vom Markt. Diese Erfolge bestätigen nicht nur Veronas Talent und Kreativität, sondern helfen ihr auch, ihre Position in der Unterhaltungs- und Geschäftswelt zu festigen. Auch Veronas Familienleben stabilisierte sich allmählich. Obwohl sie geschieden ist, pflegen sie und ihr Ex-Mann immer noch eine freundschaftliche Beziehung und kümmern sich gemeinsam um ihre Kinder und ziehen sie groß. Verona legt stets Wert darauf, ein warmes und liebevolles familiäres Umfeld zu schaffen, und sicherzustellen, dass sich Kinder unter den besten Bedingungen entwickeln. Die Liebe und Fürsorge der Mutter half Veronas Kindern, selbstbewusst und glücklich aufzunehmen. Emotional behält Verona stets eine optimistische Haltung und Hoffnungen für die Zukunft bei. Sie ist ständig auf der Suche nach Freude und Glück im Alltag, und hat keine Angst davor, ihr Herz für neue Möglichkeiten zu öffnen. Verona versteht, dass es nach Verletzung und Verlust das Wichtigste ist, weiter voranzukommen und niemals die Hoffnung aufzugeben. Das Leben und die Karriere von Verona Poth sind eine bunte Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen und Ereignissen. Doch mit Belastbarkeit und Optimismus überwand sie alle Schwierigkeiten und glänzte weiterhin. Verona Poth ist nicht nur ein Symbol für Schönheit, sondern auch ein bewundernswertes Vorbild für Stärke und Tapferkeit im Leben. Verona Poth hat nach Höhen und Tiefen bedeutende Fortschritte beim Wiederaufbau ihres Lebens und ihrer Karriere gemacht. Einer der wichtigen Aspekte, die ihr bei der Überwindung von Schwierigkeiten halfen, war die Pflege und der Aufbau enger Beziehungen zu Freunden und Kollegen. Verona erhält von ihren Mitmenschen immer Unterstützung und Ermutigung, was ihr noch mehr Motivation gibt, weiterzumachen. Im Unterhaltungsbereich ist Verona Poth ständig innovativ und sucht nach Möglichkeiten, sich selbst herauszufordern. Sie nimmt an Filmprojekten, Reality-TV-Shows und Modeveranstaltungen teil und festigt damit weiterhin ihren Namen und ihre Position in der Unterhaltungsbranche. Verona scheut sich auch nicht, an sozialen Aktivitäten teilzunehmen und so dazu beizutragen, dass Bewusstsein für wichtige Themen wie Umweltschutz, Frauenrechte und Kinderbetrieb auch geschäftlicher Erfolg ist ein Lichtblick im Leben von Verona. Ihre Markenprodukte, von Kosmetik bis Mode, erhalten allesamt positives Feedback von den Kunden. Dies hilft Verona nicht nur, ihr Talent und ihre Kreativität zu entfalten, sondern bietet auch eine stabile Einnahmequelle, die ihr und ihrer Familie zu einem besseren Leben verhilft. Trotz der vielen Erfolge vergaß Verona nie die Lehren aus der Vergangenheit. Sie bewahrt stets eine bescheidene Haltung und ist dankbar für die Möglichkeiten und das Glück im Leben. Verona teilt ihre Erfahrungen und Geschichten oft mit der Öffentlichkeit und inspiriert und motiviert so viele andere. Auch Veronas Liebesleben entwickelte sich positiv. Nachdem sie sich eine Zeit lang auf ihre Karriere und ihre Familie konzentriert hatte, begann sie, ihr Herz für eine neue Liebe zu öffnen. Obwohl es keine konkreten Informationen über die aktuelle Beziehung gibt, zeigt Verona stets Optimismus und Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. Wenn man auf die vergangene Reise zurückblickt, kann man sehen, dass Verona Poth viele Ereignisse durchgemacht hat, aber dennoch ihren Geist und ihre Tapferkeit bewahrt hat. Sie ist nicht nur ein Star der Unterhaltungsbranche, sondern auch eine hingebungsvolle Mutter, eine erfolgreiche Geschäftsfrau und eine belastbare Frau. Die Stärke und Entschlossenheit von Verona Poth sind für viele Menschen eine große Inspirationsquelle und helfen ihnen, an ihre Fähigkeit zu glauben, Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Träume zu ver- und setz diese auf deinen ersten Pin. Dann umwickelst du einmal alle deine Pins. Wieder bei deinem Anfangspin angekommen, arbeiten wir das Bündchen 2 Pins im Flatknit-Stitch, gefolgt von 2 Pins links im Wechsel. Durch den Flatknit-Stitch wird das Bündchen schön fest und rutscht nicht am Fuß hin und her. Andere Arten der Masche, wie zum Beispiel der U-Wrap, Trueknit-Stitch oder auch insbesondere der E-Wrap, sind einfach zu locker für das Bündchen. Das ist meine persönliche Meinung und meine eigene Feststellung. Daher arbeiten wir bei Bündchen, bei meinen Projekten, grundsätzlich 2 Maschen im Flatknit-Stitch, gefolgt von 2 linken Maschen. Für den Flatknit-Stitch legst du den Arbeitsfaden vor den nächsten Pin über die darauf befindliche Schlaufe und strickst die untere Schlaufe einmal ab. Das Ganze an Pin 2 ebenfalls.